Da ist er, unser Fleischwurst-Weltmeister, Dirk Schwehe. Ja, Wurst, alles klar bei euch. Was geht da ab? Bringt mir jetzt mal eine Glässe Eppel bei. Ich war auf den Kerb. Und wisst ihr was? Erzähl's uns. Die Wurst waren um neuner schon all. Und auf einmal, haben sie all Hunger. Hast du noch mal gehault? Eifreilich. Ich hab ein paar Transporter vollgeladen mit Brotwurst. Weil die beste Brotwurst im ganzen Aure Wollt heb ich Dirk Schwehe. Und wenn er an der Metzgerei mahnt, dass ihr besser Wurst hebt, dann muss ich mal die Fingfette alle. Beste Salami, super Nackensteg und Wurst. Wurstsalat, ach richtig gut. Hast du, was alle mich noch nicht kapieren? So ein alti Brotwurst, beißt sich ganz anerst. So ein Wurst ist scheiß Ding, nicht immer knackig. Und schmeckt auch wie Pappedeckel. Und dann kostet so ein Wurst 80 Pennig. Hör mir doch auf. Eber, haupt's auch wieder billig kauft. Am Arsch ist das Bio. Da dreht sich mir den Macher um. Wer schlacht dann da die Sau? Bestimmt irgend so ein Automat. Ich mach das alles noch selber. Oder kennst du, ein Metzger, der so abwärmt hat? Der ist jetzt das letzte, was die Sau sieht und dann noch zack. Geil.